In einer kunterbunte Märchenwelt verwandelte sich der Gannakeseer Ortskern am Sonntag, denn das Kreiskinderkulturfest stand unter dem Motto Märchen. Zahlreiche Kinder aus dem ganzen Landkreis Oldenburg haben den Tag genutzt, um gemeinsam zu spielen, zu basteln und zu toben. Zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen beteiligten sich an dem Fest und hatten zu verschiedenen Märchenstationen etwas vorbereitet. Dort konnten sich die Kinder schminken lassen, Zirkusgeräte ausprobieren, auf der NWZ Hüpfburg toben und vieles mehr. Untertitelung des ZDF, 2020